Hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Ja, man kann sagen, es war heute ein historischer Tag, der 7. April 2022. Wir haben heute eine Abstimmung im Deutschen Bundestag gehabt, wo es um die Impfpflicht ging, eine wie selten ein Thema bewegende Debatte. Wir haben alle tausende Zuschriften von Bürgern in diesem Land gekriegt, die uns, ja man kann sagen, gebeten haben, angefleht haben, doch bitte bei dieser Impfpflichtdebatte sich mit einem Nein für eine freie Impfentscheidung auszusprechen. Und offensichtlich war dieser Protest der Bürger in diesem Land und unsere Position dazu als AfD-Fraktion war ja schon immer genau die, die uns die meisten Zuschriften auch mitgeteilt haben. Wir wollten keine Impfpflicht, wir wollen auch immer noch keine Impfpflicht. Und diese Position hat sich heute auf ganzer Linie durchgesetzt. Es gibt weder eine Impfpflicht ab 18, noch eine Impfpflicht ab 50 und auch den Kombinationsantrag aus diesen beiden Gruppen, die Impfpflicht ab 60. Jetzt muss man ein bisschen nachdenken, was das bedeutet, aber vergessen wir mal, manche Kompromisse versteht man nicht. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt keine Impfpflicht. Es gibt auch nicht die Impfpflicht durch die Hintertür, wie sie die Union wollte und es gibt auch nicht die verpflichtende Impfberatung, wie sie die Gruppe um Herrn Kubicki wollte. Und nein, es gibt gar nichts dazu. Gut, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist noch nicht weg. Da müssen wir noch dran arbeiten. Das wird unser nächstes Projekt. Dieser Antrag ist heute leider von uns auch nicht durchgegangen. Aber was bedeutet die aktuelle Situation? Wir können uns alle darüber freuen, diesen Erfolg errungen zu haben. Ein Erfolg von Demokratie, Bürgerbeteiligung, Protest auf der Straße und ein Erfolg der Freiheit. Aber leider muss man konstatieren, dass die tatsächliche Mehrheit im Deutschen Bundestag, das ist nämlich die Summe der Impfpflichtbefürworter der Union und der Impfpflichtbefürworter aus diesen zwei Einzelanträgen, den Gruppen, die ist immer noch da. Die Mehrheit ist weit über 400 Abgeordnete. Warum kam es heute nicht dazu, dass sie beschlossen wurde? Warum haben die sich nicht zusammengerauft? Das will ich Ihnen kurz erklären. Die Union, die einen eigenen Antrag mit einer Fraktionsempfehlung ausgegeben hat, wollte die Regierung bloßstellen. Denn die Regierung hat alles dafür getan, dass die Impfpflicht heute beschlossen wird. Der Bundeskanzler hat die Außenministerin aus der NATO-Konferenz abgerufen lassen, damit sie ihre Stimme heute in die Urne einwerfen kann. Es hat nichts geholfen. Die Regierung hat bei einem Projekt, das dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister enorm wichtig war, keine Mehrheit im Parlament gehabt. Ich sage das immer ganz offen. In jeder anderen Regierung der Bundesrepublik der letzten Jahre hätte das zum Bruch der Koalition geführt, hätte das zum Rücktritt des Bundeskanzlers oder des entsprechenden Ministers führen müssen. De facto ist es so, dass die Regierung heute keine eigene Gesetzesmehrheit im Bundestag hatte. Weil natürlich wollte die Regierung das. Sie haben das nur als Gruppenanträge getarnt, um diese Blamage mit Ansage eben nicht zu realisieren. Die Union, das muss man schon sagen, hat offensichtlich nicht den Drang zur Impfpflicht gehabt. Sie wollte die Regierung einfach bloßstellen. Das ist der Union gelungen. Aber, und das ist das Risiko, was wir dabei haben, tatsächlich hat die Union sich eben nicht auf eine freiheitliche Position gestellt wie die AfD und gesagt, wir wollen gar keine Impfpflicht. Nein, die Union hat nur dem Antrag der Regierung, den ich ja gerade ausgeführt habe, warum dieser Gruppenantrag eigentlich der Antrag der Regierung war, nicht zugestimmt. Es war eine Machtdemonstration der Opposition, gemeinsam von Union, gemeinsam von innerer Opposition in der Koalition. Das waren im Wesentlichen die FDP-Abgeordneten und natürlich der AfD-Fraktion. Wir haben heute gezeigt, dass diese Regierung nur in Teilen handlungsfähig ist. Und ich sage das hier mal ganz offen, in der Situation erwarte ich eigentlich Konsequenzen. Ich erwarte, dass hier natürlich mindestens der Gesundheitsminister an dieser Stelle seinen Rücktritt erklärt. Es kann nicht sein, dass ein Minister sich für ein Thema einsetzt und dann im Plenum keine Mehrheit kriegt und dann so weitermacht wie bisher. Es bleibt zu befürchten, dass das ein frommer Wunsch bleibt und unser Gesundheitsminister diesem Wunsch nicht nachkommt. Jetzt werden sich viele erholen und daran denken, dass man auch noch andere Dinge am Montagabend machen kann, als in Abendspaziergängen zu demonstrieren. Das sei allen gegönnt. Wir müssen aber trotzdem wachsam bleiben. Wenn diese beiden Gruppen, der Impfbefürworter in der Union und der Impfbefürworter in der Regierung, wenn diese beiden Gruppen im Laufe dieses Jahres eine Einigung anstreben, alle lieben Freunde und Zuschauer, dann werden wir eine erneute Debatte um die Impfpflicht kriegen. Es gibt sie, diese Mehrheit der Abgeordneten im Parlament, dass eine Impfpflicht in einer wie auch immer gearteten Form will. Und deshalb bleiben wir wachsam. Wir haben eine Zwischenerfolg errungen, aber die Impfpflicht ist nur drei Viertels vom Tisch. Also, wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie mir. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir ein Like und hoffen wir alle, dass der Gesundheitsminister jetzt die Segel streicht und zurücktritt. Danke.